Hallo liebe Zuschauer, Melanie und ich begrüßen Sie heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Höppi Show und zwar sitzen wir auf einem richtig coolen Sofa, Quinn. Und natürlich direkt zu Beginn darf ich dir verraten den Sonderpreis und zwar 299 Euro. Ein Toppreis für ein wirklich tolles Sofa, es ist so ein bisschen skandinavischer Look, sehr schick und stylisch, man sitzt auch sehr bequem drauf. Kannst du uns etwas zur Polsterung sagen? Was ist da drin? Ja, da haben wir Taschenfederkern und Schaumstoff mit dabei. Und übrigens, weil wir gerade gesagt haben, stylisch und skandinavian Look, können wir kurz mal auch direkt auf die Füße hinweisen. Da haben wir Massivholz aus Gummibaum mit dabei und ich finde den Look auch sehr cool. Dann lassen wir noch ein bisschen über Stopp und Kissen reden. Wir haben hier so ein richtig schönes Hellgrau aus Strukturstopp und dann gibt es so kleine, wie so eine Nackenrolle. Man kann sich auch so gemütlich nach hinten legen und in den Kopf drauf tun. Auch ganz schön. Genau, und die drei Kissen, die du hier siehst, und die Nackenkissen sind auch mit dabei. Okay, also alles inklusive, also rundum würde ich mal sagen, ein wirklich tolles Sofa. 299 Euro, Toppreis. Genau, und es gibt auch noch eine Besonderheit, dann lass uns einmal aufstehen. Okay. Wir nehmen mal die Kissen runter. Ja. Und das noch mit dazu. Okay. Und jetzt können wir einmal, kannst du immer hellen. Na klar, immer gerne. So, und das drehen wir dann hier hin. Aha. Und dann kannst du vielleicht schon feststellen, haben wir aus dem Ecksofa einmal einen Dreisitzer und einen schönen Hocker gemacht. Super cool. Und durch diese Klettverschlüsse hält ja auch alles wirklich bombenfest, rutscht nicht. Super. Ganz easy zu handeln. Dann können wir wieder die Kissen drauf. Genau. Also wir haben hier ein richtig tolles Sofa, den Quint für 299 Euro. Toppreis. Definitiv. Und vor allem hast du eben die Variation, dass du dich entscheiden kannst, entweder, wie wir es vorhin hatten, Ecksofa zu nutzen oder eben, wie wir jetzt gerade hier die Variation haben, mit Dreisitzer und dem einzelnen Hocker. Genau. Und beide Teile oder beziehungsweise die Reclamire-Teile können sie einmal entweder hier dran packen oder da dran setzen, je nachdem, wie ihre Wohnung aufgebaut ist. Und das muss ich auch noch einmal ganz kurz zeigen, hier dieser Klettverschluss. Das ist wirklich ganz cool, denn die Kissen kann nicht verrutschen. Ich zeige das nochmal genau. Also hier ist so eine glatte Fläche. Das ist eh schon so ein bisschen Anti-Rutsch. Und hier vorne und dort hinten gibt es jeweils zwei Mal Klettverschlüsse. Und wenn wir das jetzt ordentlich draufpacken, sitzt das bombenfest, rutscht nicht, wackelt nicht und zieht halt immer ordentlich aus. Und unterstützend zum Scandi-Design und zum Nordic-Design haben wir hier diese tollen Füße aus massiven Gummibaum. Wie viele Zentimeter waren die hoch? 17 Zentimeter. Wirklich sehr schön. Und sag mal, wie breit ist das super? Wir haben einmal eine Länge von 2,1 Meter und die Tiefe ist 54 Zentimeter. Und die Schenkelmaße sind 1,41 Meter. Wenn der Reclamire-Teil dran ist. Genau. Da kann man natürlich super befreien die Füße hochlegen, kann es jetzt gemütlich machen. Also wirklich ganz toll. Schön, ich mag den Quint. Ich finde ihn sehr kuschelig und gemütlich. Und für 299 Euro haben sie hier ein flexibles Produkt, ein sehr hochwertiges Produkt. Ich bin begeistert. Ich finde ihn süß. Mir geht besser. Ja, prima. Dann bedanken wir uns bei Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit uns. Wenn Sie Quinten gerne kaufen möchten, können Sie das hier immer tun, indem Sie die Hotline anrufen. Oder Sie gehen ins Internet unter www.hoeffner.de. Da können Sie auch Quinten anschauen und bestellen. Oder, was ich immer am liebsten mache, direkt in eine der Filialen gehen bei Hoeffner und sich vielleicht noch mal ein bisschen beraten lassen, ein bisschen Probesitzung vorab und dann direkt live entscheiden. Absolut. Das mag ich auch sehr gerne. In diesem Sinne haben Sie einen wunderschönen Tag und sind bis nächste Woche. Montag ist Montag und es gibt eine neue Ausgabe. Hört mich schon. Tschüssi. Hört mich schon. 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 Hört mich schon.